Ich glaube, wir werden... Das war das Beste. ich starte irgendwie ein leckiges mal auf der stelle mal vorzubauen bei mir war länger geladen deswegen wie immer diesmal ich hab mir so weit Ja, 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 ja. habe ich jetzt zwei spieler brauchen tank oder damage egal jawohl danke sollt ich hören warten auf den vierten jawohl schägele schägele kommt dran kann sogar sein dass es nie alt ist ich hab ich musste nehmens es an um 10 kurz Ja komm dann mach du an, mach hier Ein bisschen schreien, die kommen da schnell hoch bevor der drauf drückt Es sind aber nur Leute unterwegs, die nix können, ne? Wie ist noch ein Schreien? Schreien, drei Stück, schnell, 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 schnell Hier, der sich im Kreis dreht Na ja Ganz links, unten Drück alle mal an, schnell Und hier ist bloß sehen Ist mir egal Wir schaffen es eh nicht Ja, nein, der macht eigentlich nicht Von Messer kommt rein, jetzt kommt alles Zuerst, alles Das ist logisch Ja. Vielen Dank. 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 Ja. 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 wenn wir seinen Charakter haben, ich werde nicht alles machen ach, irgendwann haste ihn quatsch du 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 ne ne, das musste richtig sein die sind auch blauer oh, ist ein Schild schreien, lass mich, lass mich hm oh man jetzt schaffen wir es nicht mehr scheiße man verkackt das ist schon eine Föder das ist schon eine Föder das ist schon eine Föder das ist schon ein bisschen das ist schon eine Föder das ist das ist schon ein bisschen das ist schon ein bisschen Ich muss kurz das Spiellaute machen. Ich muss kurz das Spiellaute machen. Ich muss das nicht. Aber das ist die Füße. ich stehe jetzt aber um mit Groll war ich ja eben unterwegs wie hoch ist ein Stein jetzt ja was war denn gerade bitte ja ist irgendetwas bei dir ich hoffe hier ist ein geiler ja ich nicht ich war das nicht ne 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 hier ist ein geiler ja 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 Ich bin jetzt raus, aber hier ist noch blau und zurückgegangen. So, mal ich das direkt über und dann drück ich das. Ja. Wo? Ja, hier. Ist geklopft gerade oder was war das? Scherz. Ne, ne, sonst hier mal das Küchenfenster offen ist. Ach so, war es Eddy? Ja. Schild schreien. Fuck mich nicht ab, ey. Dann gehts weiter. Korrekte Gegend, hoffentlich kommt jetzt auch was. Ja. 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 Ja, da war es auch dabei. Wo denn? Ja. 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 Ja, da war es auch dabei. Okay. geht's halt wenn das mal annimmt ich wollte weitergehen aber die tür nicht angenommen hier oben ist der gebeln wir jetzt links ok ja 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 alles oder nichts ja dann können wir noch auf 85 gehen aber dann höher ziehe ich keinen mehr durch ist zu blöd heute ist so ein richter kreuz von der laffi ja 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 echt oculus ring und uhr also ich tu dir einfach mal die kiste ich gucke mal ein paar vernünftige rein jetzt ja ja mach das tschau schau das auch sa geht in Vielen Dank. 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 Ja, hier. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. starten oder was machen wir wir hätten jetzt abgelehnt ich hab keines bekommen mhm, ich glaub was tust mhm noch keine buffs mhm 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 hier unten der große ja ich auch danke echt wenn du da mal irgendwie so ein tag hat es wurde mit so 23 runden ziemlich früh verkackst waren die schon überlegen ob die überhaupt noch weiter zocken war gar nicht die frage alter ist da auf jeden fall ging es da erst los das ist interessant waren sie alle am heulen meine hellmaker haut die gar nicht mehr weg ich bin mittendrin keine sorge keine sorge hier gelb ja ok ich komm zurück die einzelnen abstecken das dann gelber ist ja der haut auf irgendwas ja gerade nicht sogar gleichzeitig und mal gerollt wegen dem gegner neurale verbindungen bei uns weißt du doch ja nochmal gutes wort dafür ja 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 man pacific room ja ja weißt du das war ja ätzend Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und die hauen dann den Rest weg. Sind jetzt hier drei gelbe? Alter, boah. Korrekt. Nein, nein, ich... Ah, so vielleicht, vielleicht, ja. Da können wir hier gar nicht mehr weg. Nein, das sind die beiden gelben kaputt. Ja, okay. Ja, okay. Ach da, ja. Okay. 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 Oh, boah. Hupen, ich würde das Ding, ich würde dir jede einzelne Zahl aufs Komma genau zeigen. Du kannst dann, ich kann da aussuchen was er dir zeigt, dann hast du eine kleine Tabelle, die du vergrößern kannst, kleiner machen kannst und dann zeigt er dir eine Skala, Tabelle, wie viele Damage wer was gemacht hat und so, wenn... Boah. das wäre geil ja das wäre geil infinitiv ich fange gerade an zu schützen was ist denn los hier aber draußen ist noch nicht kühler fenster aufmachen lohnt sich ja nicht bestimmt dann mache ich jetzt auch ich hätte schon Bock an den Würstchen ich mache noch mal eine melone kleiner ich mache noch mal eine halbe stunde bin ich weg zirka ja macht das nicht das einpens